Ich freue mich auf Weihnachten, weil ich da viele Geschenke kriege. Was ist denn? Ich habe die verdammten Schlitten hier schon verflucht. Wie? Wann gibst du uns denn das Geld? Für die Weihnachtsgeschenke? Mama, hier stimmt's doch nicht mehr. Wir geben zu Weihnachten Summen aus, von denen haben wir früher einen ganzen Monat gelebt. Wenn Sie mich fragen, Herr Eckert, das ist rausgeworfenes Geld. Es ist nicht mehr allzu viel los. Es ist halt ein altes Auto. Es reicht nicht. Was reicht nicht? Es gilt von Vati für Weihnachtsgeschenke. Weihnachten ist nun mal eine kostspielige Angelegenheit. Du wirst teuer beschenkt, also bleibt dir gar nichts anderes übrig, als auch wieder teuer zu beschenken. Ich habe daher angeordnet, dass die Weihnachtskartifikation entgegen der Gewohnheit nicht zum 15. Dezember, sondern erst am 15. Januar ausgezahlt wird. Ich glaube, ich habe es. Was ist das? Bleibt hier vor dem Wohnzimmer stehen, Jan? Und tut so, als ob ihr von nichts eine Arme hättet. Das ist der Zauber. Bis zum nächsten Mal.